Was ist Fließfertigung? Ich habe es oft gesagt, zwei Möglichkeiten, so eine Frage zu beantworten, die mit ist daherkommt. Einmal hier ein anderes Verb zu finden. Was macht Fließfertigung? Was bedeutet Fließfertigung? Wofür ist Fließfertigung gut? Ja, oder hier ein Synonym zu finden. Oder in dem Fall kann man sogar die Kurve kriegen, indem man sagt, bei der Fließfertigung. Fließfertigung ist ein Anordnungsprinzip für Maschinen. Oder, so könnte man die Kurve auch kriegen, indem man statt ist sagt, Fließfertigung ordnet. Ja, wenn wir hier Anordnungsprinzip nehmen, können wir hier das Verb nehmen, ordnet. Fließfertigung ordnet die Maschinen so, wie die Produktion es erfordert. Also, hier ist das Produkt. Jetzt werden hier die Maschinen so angeordnet, wie das Produkt es erfordert. Erstmal kommt der Bearbeitungsschritt 1 auf Maschine 1. Dann kommt hier die Maschine 1 hin. Dann kommt danach die Maschine 2. Es ist ein lineares Prinzip. Dann kommt hier Maschine 3. Dann kommt hier Maschine 4. Und diese Anordnung, 1, 2, 3, 4, ist die Anordnung, die das Produkt braucht. Es braucht erst den Arbeitsschritt 1 auf Maschine 1, den Arbeitsschritt 2 auf Maschine 2 und so weiter. Das ist die Fließfertigung. Und warum Fließfertigung? Weil wir hier ein, ja, im klassischen Sinne ein Fließband haben. Ja, das hier ist ein Fließband, das das Produkt zum nächsten Arbeitsschritt transportiert. Und weil das Bild entsteht, dass die Produkte hier fließen, ja, auf diesen Bändern sich weiter bewegen. Das sind nicht immer Bänder. Ja, in der Automobilfertigung sieht das ein bisschen anders aus heute. Aber nehmen wir mal das Klassische. Deswegen spricht man hier von Fließfertigung. Das Produkt fließt von hier nach da, bis es hier dann als fertiges Produkt rauskommt. Deswegen ist es vielleicht sogar an dieser Stelle gar nicht so glücklich, wenn man sagt hier Produkt. Denn in Wirklichkeit ist das, was am Anfang hier als erstes bearbeitet wird, ja, noch ein sehr unfertiges Fabrikat. Ja, und erst am Ende hier, nachdem alle Bearbeitungsschritte durchlaufen wurden, einschließlich vielleicht einer Qualitätsendkontrolle, kommt am Schluss hier das fertige Produkt raus. Am Ende des Fließbandes steht das fertige Produkt, ja. Am Anfang stehen eigentlich eher die Rohhilfs- und Betriebsstoffe, ja, RHB. Wobei sie nicht alle hier am Anfang schon da sind, ja, sondern hier, Betriebsstoff ist ja das, was die Maschinen betreibt. Also hier werden die Betriebsstoffe verbraucht, hier werden die Betriebsstoffe verbraucht bei den Maschinen. Und bestimmte Hilfsstoffe kommen vielleicht auch erst, das sind Schrauben und so etwas, ja, kommen vielleicht auch erst bei Maschine 2, beim Arbeitsgang 2 dazu. Ja, aber es fängt an mit einem oder mehreren Rohstoffen, sagen wir es so. Ja, und am Ende kommt das fertige Produkt raus. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.